Verschütte ein Getränk auf dem Sitz vor dir im Kino, um zu verhindern, dass Leute deine Sicht blockieren. Unethische Lifehacks, die du auf keinen Fall anwenden solltest. Wenn dein Hotelzimmer keinen Kühlschrank hat, rufe an der Rezeption an und sage ihnen, dass du einen brauchst, um dein Insulin zu kühlen. Wenn du in einem lästigen Telefonat feststeckst, schalte dein Telefon in den Flugmodus, anstatt einfach aufzulegen. Die andere Person sieht dann Anruf fehlgeschlagen anstelle von Anruf beendet. Stehst du auf einen Kerl, aber er hat eine Freundin? Nimm einen Lippenstift und schreibe Lügner auf seine Windschutzscheibe und er könnte bald Single sein. Nimm Visitenkarten von Leuten, die du nicht magst. Und wenn du aus Versehen ein geparktes Fahrzeug berührst, schreibe einfach Entschuldigung auf die Rückseite und lasse sie auf der Windschutzscheibe liegen. Arbeitest du im Einzelhandel? Erstelle eine gefälschte E-Mail und schreibe eine Nachricht an deinen Chef oder das Geschäft, in der du dich selbst lobst. Wenn du jeden Tag schlauer sein willst, dann like und abonniere. Und dann like und abonniere.